Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es mit unserem Technikon. Kam länger nicht, weil ehrlich gesagt für die letzten Buchstaben mir die zündenden Ideen fehlten. Das passt sich ganz gut. Heute geht es nämlich weiter mit Z wie Zündanlage oder Z wie Zündung, aber mehr Z wie Zündanlage, weil es geht um die gesamte Zündung und nicht nur um den Zündzeitpunkt. War ein Vorschlag von euch unter dem letzten Video, fand ich mega geil, waren bestimmt drei, vier, fünf Vorschläge bei, die ich so gar nicht auf dem Schirm hätte. Das heißt, da können wir weitermachen. Somit heute Technikon Z wie Zündanlage. Erstmal vorweg, Thema Zündkerze. So, wofür brauchen wir überhaupt die Zündanlage? Die Zündanlage oder Zündung braucht man logischerweise nur beim Benzinmotor. Beim Dieselmotor gibt es gar keine Zündung, sondern beim Dieselmotor ist es folgendermaßen, das gesamte Gemisch, also der Kolben geht nach oben und das Gemisch wird so lange komprimiert, komprimieren heißt zusammengedrückt, bis es sich einfach selbst entflammt. Das heißt, es entwickelt eine gewisse Temperatur intern durch das Verdichten. Ihr kennt das mit der Luftpuppe. So beim 20. Luftballon, den er aufpumpt, wird die langsam warm. Dementsprechend wird es einfach selbst entzündet und man braucht keine Zündkerze. Bei einem ganz normalen Benzinmotor braucht man die Zündkerze, um das Gemisch zu entflammen, was im Brennraum komprimiert entsteht. Das heißt, in dem Moment, wo der Kolben nach oben geht, in dem Brennraum bzw. in dem Hubraum, Kolben unten, Zylinder inklusive Brennraum, ist voll mit Luftkraftstoffgemisch. Es geht hoch, wird komprimiert, heißt immer weiter zusammengedrückt und irgendwann kommt der Punkt, wo die Kerze sagt, jetzt bitte entzünden. Dieser Punkt ist vor dem oberen Todpunkt. Oberer Todpunkt heißt immer Kolben ganz oben und fängt wieder an runter zu gehen. Jetzt würde man ja normalerweise sagen, der perfekte Zeitpunkt zum Zünden wäre mit Sicherheit minimal nach dem oberen Todpunkt. Das heißt, Kolben ist ganz oben, man zündet minimal danach und der Kolben geht wieder runter. Ist aber nicht so, weil man dieses Gemisch mit Luft, was dort komprimiert ist, nicht so entzünden kann, sondern das braucht eine gewisse Zeit, bis es vollständig durchbrannt ist. Das heißt, man gibt den Impuls, dass es jetzt verbrennen soll und dann dauert es einfach kurz, bis es maximal explodiert ist und somit den höchsten Druck erzeugt hat. Wodurch kommt der Druck? Der Druck kommt einfach nur dadurch, dass sich das Volumen ausdehnt. Das heißt, Volumen wird mehr. In dem Moment kann es nicht weg, weil der Brennraum dicht ist. Das heißt, der Druck geht hoch. Das ist der sogenannte Zylinderdruck. Dann geht der Kolben wieder runter. Der Druck baut sich ab in Form von Energie, die einfach auf den Kolben nach unten geht und es geht auf die Kurve. So, deswegen muss man nämlich weit vor dem oberen Todpunkt zünden. Das heißt, Kolben geht hoch. Kurz bevor der oben ist, irgendwas zwischen 35 Grad, je nach Motor, je nach Kraftstoff, je nach Leistung, kommt dann der Impuls von der Zündkerze. Es wird gezündet und der Kolben bewegt sich weiterhin im Aufwärtstrend. Das heißt, gegen das Weiterverdichten fängt das Gemisch schon langsam an, sich zu entzünden, sodass es idealerweise kurz nach dem OT komplett durchbrannt ist, dass dann die ganze Energie auf den Kolben nach unten geht. So, aber wie das Ganze geht, das erkläre ich euch jetzt. Erstmal, wir haben ja die ein oder andere Oldtimer-Ausstellung gesehen und da habe ich mich mal auch ein bisschen schlau geguckt im Thema Zündanlagen bei so richtig alten Autos. Das Ganze ging früher mal los, dass tatsächlich in den Brennraum ein Röhrchen gesteckt wurde und dieses Röhrchen wurde mit dem Brenner heiß gemacht und hat dann quasi so im Brennraum geglimmt und das war so die erste Zündanlage, die es gab. Irgendwann kam es dann zu der Zündanlage, die jeder kennt. Keine Ahnung, ich denke mal so, die gibt es seit den 50er Jahren. Die ist relativ einfach aufgebaut. Ich gucke mal, ob wir hier so alles haben. Heißt, wir haben einen Zündverteiler, wir haben ein Zündkabel zu der Zündkerze und jetzt fehlt nur noch ein Teil, das simulieren wir mal kurz hier so mit. Wir haben noch eine Zündspule. So wäre das Ganze theoretisch verbunden. Wie kommt jetzt hier der Zündfunke rein? Das ist die gute Frage und vor allen Dingen, wir haben ja eben gerade gelernt, dieser Zündfunke muss zu einer bestimmten Position sein und nicht einfach willkürlich drauf los. Das Ganze ist relativ einfach zu erklären. Wir fangen erst mal an mit der Verteilung des Zündfunkens. Dafür haben wir den sogenannten Zündverteiler. Dieser Zündverteiler hängt an der Kohlwelle dran. Das heißt, dieser Zündverteiler hat eine bestimmte Position in Abhängigkeit zu der Kohlwelle. Das heißt, wenn die Kohlwelle sich einmal dreht, dreht sich der Zündverteiler auch einmal. Nicht ganz korrekt. Wenn sich die Kohlwelle zweimal dreht, dreht sich der Zündverteiler einmal. Das heißt, hier ist eine Übersetzung von 2 zu 1 drin. Untersetzung, weil Viertaktmotor zündet nur jede zweite Umdrehung. Das heißt, auch dieser Verteiler, welcher den Zündfunken, das ist ein Golfverteiler für den Vierzylinder, verteilt den Zündfunken auf alle vier Zylinder. 1, 2, 3, 4. Wie die Reihenfolge jetzt ist, weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. So lange kein Vierzylinder mehr geschraubt. Aber auf jeden Fall verteilt dieser Verteiler, die verteilt das auf alle vier Zylinder. Wir gucken wir haben hier einen sogenannten Verteilerfinger. Dieser muss logischerweise für eine ganze Kurbelwellenumdrehung, falsch, er muss für zwei Kurbelwellenumdrehungen nur eine Umdrehung machen. Deswegen haben wir die Untersetzung von 2 zu 1, damit er quasi alle zwei Kurbelwellenumdrehungen nur wieder ab einem Zylinder ankommt. Dieser Finger fährt einfach nur durch diese Verteilerkappe. Und hier außen seht ihr die vier Zylinder. Übertrieben gesagt könnte man sagen, diese vier Kontaktpunkte, die ihr außen seht, sind die vier Zündkerzen. Die stecken nämlich direkt am Ende dran. Das heißt, immer wenn der dagegen fährt, wird gezündet. Übertrieben gesagt. So, das heißt, alle 90 Grad fährt der zum nächsten Kontakt und der nächste Zylinder ist dran. Interessant übrigens bei älteren Autos ist, in diesem Finger oben drin ist auch meistens der Drehzahlbegrenzer. Ganz einfach. Hier ist ein Gewicht und eine Feder drin und über die Fliehkraft, also passend zu der Drehzahl, spannt sich das Ganze vor und irgendwann unterbricht es. Und in dem Moment hat man einfach keinen Begrenzer mehr. Easy going, konnte man ganz einfach im Alarm legen, zack war der Drehzahlbegrenzer weg. War früher klassisch immer in dem Finger oben drin. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Fall immer noch drin ist, ob so ein alter Golf überhaupt eine Drehzahlbegrenze hat. Kann auch sein, dass das hier eingegossen ist. Also ich will es nicht ausschließen, dass das hier, aber bei manchen war das früher richtig sichtbar. So, das war erst mal Step 1. Also hier habe ich euch gerade erst mal gezeigt, der Zündverteiler hat folgende Aufgabe. Erst mal den Motor überhaupt zu, also wie der Name schon sagt, die Zündung zu verteilen. Das heißt, es gibt ein Haupt, eine Hauptzündung und diese Hauptzündung wird auf die vier Zylinder im passenden Moment verteilt. So, jetzt ist aber die große Frage, wo kommt diese Zündung überhaupt her? Was ist überhaupt eine Zündung? Dafür nehmen wir hier den Finger mal ab. So, und gucken hier mal rein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Muss ich euch das Ganze mal aufzeichnen. Klassisch hatte ein Zündverteiler immer einen sogenannten Unterbrecherkontakt. Was ist ein Unterbrecherkontakt? Der Unterbrecherkontakt war eigentlich übertrieben gesagt. Ich zeichne das jetzt einfach mal ganz simpel. Das war einfach nur so zwei so Dinger und die konnten zusammen gehen. In dem Moment, wenn sie zusammen gegangen sind, hatte man dementsprechend einfach einen Durchgang und auseinander hatte man keinen Durchgang. Wie ging das Ganze? Das Ganze wurde betätigt über, ich zeichne es jetzt mal wirklich ganz simpel. Hier, das ist unser Zündverteiler, also die Welle, die da durchgeht. Die dreht sich in eine Richtung und an einer Stelle hatte die Welle wie eine Art Nocken. Und jedes Mal, wenn die Welle sich durchgedreht hat, hat sie den einmal nach oben gedreht und hier quasi einen Kurzschluss erzeugt und in dem Moment wurde gezündet. Wie da gezündet wurde, das erkläre ich euch gleich, weil Unterbrecherkontakt, aber eigentlich zündet man in dem Moment. Ein bisschen schwieriger zu erklären, aber Unterbrecherkontakt sorgt dafür, dass genau in dem Moment der Zündfunkel kommt. Das heißt, es gibt in diesem Zündverteiler zwei Dinge. Einmal den Unterbrecherkontakt, der sorgt überhaupt erstmal für den Zündfunken und im zweiten Moment geht es dann auf die Zündkerzen. So, in unserem Fall ist das kein Unterbrecherkontakt mehr, wie ihr ihn euch hier mechanisch vorstellen könnt, sondern dieser Unterbrecherkontakt wird hier drin schon, kann ich das zeigen? Ne. Ihr seht auf jeden Fall auch schön, hier drin ist auch schon ein Sensor, ein sogenannter Hallgeber. Dieses Plättchen, also diese Scheibe hat vier Unterbrechungen. Hier ist der Abnehmer dafür. Das heißt, man weiß ganz genau, welcher Zylinder eigentlich gerade dran ist. Sogenannter Hallgeber ist das hier. Das heißt, jedes Mal, wenn kein Magnetfeld da ist, zeigt er es an und am Ende entsteht halt so eine Kurve. Ja, schade, ich hätte euch gerne den Unterbrecherkontakt gezeigt. Wir blenden dem ein. Fakt ist, jetzt muss ich euch noch erklären, was macht dieser Unterbrecherkontakt? Und das ist theoretisch das, was an der Zündung am interessantesten ist. Jedes Bordnetz hat, wenn der Motor läuft, 12 Volt. 12 Volt reichen aber niemals aus, um hier zu zünden. Das würde ausreichen für so einen ganz kleinen Zündfunken. Der bringt uns aber nichts, weil das Gemisch ist komprimiert. Man hat im Zylinder, bevor das Ganze entflammt, bevor der zündet, 10, 12, 15 Bar, je nach Motor. Das heißt, man braucht wirklich eine krasse Zündenergie, dass der Funke hier überhaupt überspringt. Weil am Ende wird einfach nur hier Strom durchgeleitet und der Strom muss einfach, weil das die einzige Verbindungsstelle ist durch diesen kleinen Spalt hier zwischen. Sogenannten Elektrodenabstand. Das heißt, hier wird so viel Strom draufgegeben, dass der Funke, wie man so schön sagt, überspringt. Von da nach da. So, wo kommt jetzt diese Zündenergie her? Diese Zündenergie kommt aus der Zündspule. Das hier ist jetzt eine etwas modernere. Ich wollte euch die nur einmal kurz zeigen, weil da ist nämlich ein Zeichen drauf. Ein Blitz. Das steht nämlich für Hochspannung. So, das heißt, die Zündspule macht was? Sie transferiert den Strom von 12 Volt auf, je nach Auto, zwischen 15 und 30.000 Volt. Deswegen knallt das auch immer so richtig schön, wenn man ein Zündkabel anfasst. Man merkt das sofort. Da kriegt man wirklich immer einen guten Schock. Ist auch nicht ganz ohne, sollte man auch nicht tun. Immer die Finger weglassen, wenn der Motor läuft. Aber man braucht einfach diese hohe Spannung, um genug Energie in der Kürze der Zeit in die Kerze reinzukriegen. Ist so ein bisschen wie, wir haben 230 Volt auf der Steckdose zu Hause. Aber wenn wir den Strom zum Beispiel von einem Solarpark von der Ostsee nach Hamburg kriegen wollen, dann geht das bei 230 Volt nicht, weil man viel zu viele Verluste hat. Sondern man muss den Strom nach oben transferieren. Also nach oben heißt nicht nach oben, sondern mit der Voltzahl nach oben. Weil man bei Hochvolt einfach viel, viel besser die Energie übertragen kann. So. Wie geht das Ganze? Das Ganze geht mit der Zündspule. Und das erkläre ich euch jetzt, wie das geht. Wir nehmen einfach mal... Ne, ich zeichne euch das nicht wieder auf. Also grob gesagt ist eine Zündspule folgendes. Wir haben einen Anschluss hier. Der ist einfach nur dauerhaft an Plus dran. So. Ist der dauerhaft an Plus dran? Oder ist der dauerhaft an Masse dran? Ist egal. Auf jeden Fall. Ne, der ist dauerhaft an Plus dran. Macht ja sonst keinen Sinn. Der ist dauerhaft an Plus dran. So. Und dann haben wir hier ein relativ dickes Kabel mit einer Windung. Geht so wieder aus. So. Dieses ist die sogenannte Nieder... Das ist der... Ja, man hat einmal Niedervolt und Hochvolt. Das ist die Niedervoltseite. Niedervoltseite heißt, man hat ein dickes Kabel mit relativ wenig Windung. So. Dadurch kriegt man hier eine relativ hohe Stromstärke rein. Weil das ist immer der Vorteil von Niederspannung, dass man relativ hohe Stromstärken erzeugen kann. So. Das Ganze ist natürlich... Da ist dann noch ein Metallkern drin, um dieses erzeugte Magnetfeld. Immer wenn man Strom durch eine Spule schickt... Niedervoltspule. So. Immer wenn man Strom durch eine Spule schickt, entsteht ein elektrisches Magnetfeld. So. Durch diesen Eisenkern, wenn Physik aufgepasst hat, wird das Ganze noch mal verstärkt. Jetzt gibt es auf der anderen Seite eine weitere Spule. Also, was heißt auf der anderen Seite? Die Spule ist auch hier drum. Welche aber... Warte, ich muss einfach mal einen anderen Stift holen, dann sieht man das besser. So. Fifty-fifty Chance, dass wir jetzt einen blauen Stift haben. Ähm. Hier geht eine weitere Spule drum, die ja auch so rum geht. Diese Spule hingegen hat einen ganz, ganz, ganz dünnen Draht und dazu ganz, ganz viele Windungen. Das heißt, die... 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 Der Niedervolt-Bereich hat jetzt... Ich sag jetzt mal 100 Windungen mit einem ganz dicken Kabel. Die... Ähm... Hochvolt-Seite hat ganz, ganz, ganz viele Windungen. Also eher 10.000 Windungen mit einem ganz drinnen Dart. So. Und jetzt kommt nämlich der Unterbrecherkontakt. Und der Unterbrecherkontakt sitzt... Ähm... Ähm... Hier hinter. Also auf der Seite. Also der... Der... Die... Die dicke Spule, die ich als erstes eingezeichnet habe. Diese würde jetzt von hier an den Unterbrecherkontakt gehen. So. Und da geht's weiter. In dem Moment, wenn hier der Unterbrecherkontakt zusammen ist, bricht dieses erste Magnetfeld zusammen, welches quasi ein... Ein dicken Querschnitt mit wenig Windung hat. Das heißt, da steckt viel Energie drin, also viel Stromstärke. Das bricht zusammen. Und wohin entlädt es sich in kürzester Zeit? Auf die andere Spule. Nennt sich so genanntes... Ist ziemlich ähnlich Induktivladen im Handy. Funktioniert genauso. Man hat eine Spule im Handy und eine Spule hat man in dem Ladegerät. Und diese Spule regt die Spule an. Und damit haben wir Strom im Handy beim Laden. Also jeder, der sich schon mal gefragt hat, wie funktioniert das eigentlich, dass ein Telefon aufgeladen wird? Genauso. Spule 1, Spule 2. Und durch das Magnetfeld wird die andere induktiv erregt und gibt den Strom quasi ab. So. Jetzt kommt aber das Interessante, ist die Paarung. Dadurch, dass wir hier einmal dicken Draht mit wenig Windung und auf der anderen Seite dünnen Draht mit viel Wandung haben, können wir ein wirklich maximal hohes Magnetfeld erzeugen. Das heißt falsch, wir erzeugen nicht ein maximal hohes Magnetfeld, sondern die Paarung aus Spule und Spule erzeugt ein Hochvolt. Das heißt, auf dieser Spule, welche jetzt hier blau rausgehen würde, liegen auf einmal 15.000 bis 30.000 Volt. So. Und dieser Strom, der jetzt gerade hier ist, der geht dann hier von meinem Blatt runter und geht hier oben in die Verteilerkappe rein und verteilt dann den Strom auf die Vierzylinder. Eigentlich recht einfach. Funktioniert es halt eh und je so. Also ist eigentlich nur, sind zwei Spulen, die induktiv über den Eisenkern, also der Eisenkern verstärkt das Ganze nur, quasi Niedervolt auf Hochvolt transferieren. Auch so funktionieren alle Transformatoren. Alle Transformatoren, die man kennt, die, nicht alle, aber die klassischsten, die gängigsten, die erzeugen genauso quasi aus 12 Volt, 230 Volt. Beispiel, ich habe im Auto so ein Ding, legst einen Schalter um, machst du aus 12 Volt, 230 Volt, macht auch so ein typisches Geräusch, wie jeder von so einem Trafo kennt, ist theoretisch eigentlich immer das gleiche Prinzip. So. Das heißt, in dem Moment, wenn wir den Zündfunk brauchen, geht dieser Unterbrecherkontakt zusammen, das elektrische Feld bricht zusammen, das Magnetfeld entlädt sich auf die kleine Spule und der Strom geht auf die Kerze und von der Kerze aus in den Motor. So. Und das geht nur darüber, dass der Funke hier rüber springt. So funktioniert eigentlich die Zündanlage. Wozu braucht man dann beim Diesel die Glühkerze? Die Glühkerze, das wäre die Frage gewesen gleich am Anfang, ist relativ einfach. Ein Diesel springt im Winter immer schlecht an. So. Und damit man überhaupt das Gemisch so warm kriegt, dass es überhaupt sich selbst entzündet, musst du ihm vorher quasi einmal eine Erregung geben. Das heißt, die Glühkerze ist da drin für die ersten Umdrehungen, dass da irgendwas drin glimmt, dass es dann sich entzündet. So. Wenn der Motor einmal warm ist, warm heißt, dass die Zylinder ein bisschen Temperatur haben, der Brennraum ein bisschen Temperatur, dann springt der an. Aber sonst definitiv nicht. Ähnlich ist es zum Beispiel bei den typischen Zweitaktern, die so hoch drehen, die man für ferngesteuerte Autos hat. Die haben auch eine Glühkerze, weil wenn der Motor kalt ist und diese niedrigen Drehzahlen beim Anreißen, die reichen noch nicht für die Selbstentzündung. Sobald er dann einmal quasi gezündet ist, reicht das, dass die keine Kerze mehr braucht. So. Was ist noch interessant? Einmal ist natürlich ein wirklich wichtiges Bauteil dieser Unterbrecherkontakt oder in dem Moment auch, der nennt sich auch gerne Schließer, weil dieser Abstand hier zwischen ist natürlich auch wieder entscheidend. So. Ist dieser Abstand zu groß? Also dauert es zu lange, dass der zusammen und auseinander geht? Ist jegliche Energie weg? Ist der zu eng? Das heißt, der macht wirklich nur einmal ganz kurz, kann es passieren, dass der ratzfatz verschleißt und die Kontakte abbrennen, weil dann diese hohe Zündenergie zu kurz da durch geht. Weil eine Sache ist Fakt, es entlädt sich komplett. Die Frage ist halt nur, wie, ob es sich ganz schnell entlädt oder ein bisschen länger entlädt. Und deswegen muss man früher bei Oldtimern, hat man diesen Unterbrecherkontakt, den Abstand quasi noch eingestellt in 0,5 mm Bereichen. Waren das 0, ich meine, das waren weniger. Ich meine, das waren immer so um den halben Millimeter. Boah, ist das schon ewig her. Ich weiß noch, ich habe es einmal gemacht. Ich glaube, das war bei meinem Strichachter damals. Das ist wirklich, wirklich. So. Letzter Punkt ist noch, bevor wir zur Rundenentzündung kommen. Mit der Zeit wurden die Motoren immer besser. Also nicht die Motoren wurden immer besser, sondern die Technik wurde immer besser, dass die Motoren immer besser wurden. Das heißt, wie ich euch das gerade jetzt erklärt habe, ist das ja alles statisch. Das heißt, selbst wenn ich jetzt diesen Verteilerfinger, zum Beispiel diesen Verteiler ein bisschen zur Kurbelwelle verdrehe, kann ich ja den Zündzeitpunkt variieren. So. Das heißt, meinetwegen so würde auf OT zünden, drehe ich ihn nach da, zündet er ein bisschen früher, nach da ein bisschen später. Das ist aber statisch für das ganze Drehzahlband. Jetzt ist allerdings das Problem, man braucht nicht statisch immer die gleiche Frühzündung. Warum? Relativ einfach erklärt. Die Durchbrennung des Gemisches ist immer gleich schnell. Da ist keine Variable drin, die das Ganze beeinflusst, sondern das Gemisch durchbrennt immer von der Zeitperiode her gleich. Jetzt ist es aber so, dass mit steigender Drehzahl somit immer weniger Zeit da ist. Haben wir 1000 Umdrehungen, dauert eine Umdrehung ein Tausendstel von der Minute. Haben wir 2000 Umdrehungen, dauert eine Umdrehung Zweitausendstel von der Minute. Also die Periode wird immer, immer kürzer zwischen UT und OT. Und genau deswegen muss man mit steigender Drehzahl immer früher zünden, weil man ja viel, viel weniger Zeit von unten nach oben hat. So. Das ist die sogenannte Frühzündung. Und das heißt, irgendwie muss man diesen Zündzeitpunkt verstellen können. Also muss es nicht. Ein Motor läuft auch ohne Verstellung. Aber man hat irgendwann festgestellt, dass man gerade auf Drehzahl Effizienz aus dem Motor rausholt, egal ob es Leistung oder Spritsparen ist, indem man den Zündzeitpunkt immer weiter nach vorne schiebt. Wie macht man das Ganze? Über die Dose hier. Wird sich jeder schon mal gefragt haben, was macht eigentlich diese Unterdruckdose an dem Zündverteiler? Relativ einfach. Man sieht es hier. Da ist einfach ein Arm dran. Und eine Sache hat man bei einem Saugmotor. In dem Moment, wenn ihr beim Saugmotor Vollgas gebt, ist der Unterdruck immer gleich null. So. Weil die Drosselklappe geht auf und es ist gar keine Möglichkeit mehr, gegen die Drosselklappe den Unterdruck zu ziehen. Solange ihr Teillast fahrt, ist der Unterdruck ein bisschen weniger. Leerlauf, Unterdruck am allerhöchsten. Das heißt, man stellt diesen Zündverteiler immer auf seinen Maximalwert ein, zieht den Schlauch ab, hat keinen Unterdruck, fährt somit Volllast und blitzt die Zündung ab. Das heißt, man ist sich dann sicher, dass auf Leistung, wo man halt einfach die Effizienz des Motors haben will, der Zündzeitpunkt passt. Anschließend steckt man den Unterdruckschlauch wieder an. Als Beispiel Leerlauf, Unterdruck, 0,5 Bar. Diese 0,5 Bar sorgen dafür, dass diese ganze innere Einheit mit dem Schließer drauf sich verdreht und somit den Zündzeitpunkt verändert. Das heißt, man blitzt ihn immer auf Volllast ab und für Teillast und Leerlauf zieht sich dann der Verteiler hier drin die Zündung quasi zurück. Das heißt, als Beispiel, Hersteller gibt an, der Motor soll 18 Grad vor OT zünden, Unterdruckschlauch ab, mit der Zündpistole auf die Kurbelwelle. Zündpistole, was ist eine Zündpistole? Relativ einfach, ist so ein bisschen wie so ein Stroboskop, aber quasi parallel zu der Zündung. Das heißt, man sieht quasi ganz genau Kerben auf dem Schwungrad. Also, wenn das hier vorne unser Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle ist, dann habe ich da als Beispiel hier eine Kerbe und da eine Kerbe. Das wäre OT und das wäre meinetwegen unser Zündzeitpunkt, den der Hersteller vorgibt. So, und in dem Moment, wenn ich jetzt eine Pistole an den passenden Zylinder hänge, das heißt, die Pistole macht was? Jedes Mal, wenn er zündet, macht die Pistole auch einen Blitz. So, und dann sieht das Rad auf einmal so aus, als wenn es steht. Man guckt dann auf das Riemenrad und es ist nicht mehr so, dass sich das dreht, sondern dadurch, dass es quasi immer genau nur Licht macht, wenn gezündet wird an dem Zündzeitpunkt, sieht man quasi das Rad da stehen. Und dann kann man quasi den Zündverteiler so verstellen und dieses Bild, was man beim Abblitzen, deswegen Abblitzen sagt man, weil es halt einen Blitz erzeugt, kann man so verschieben, bis der Zündzeitpunkt genau an der Markierung ist. So, anschließend einfach Schlauch wieder drauf. Das heißt, im Leerlauf-Teillast wird eine geringere Zündung gefahren. Das war Oldschool-Technik. Weiter ging es mit der sogenannten Rudenentzündung. Hat jeder von euch schon mal gehört? Altbekannt VR6. VR6 gab es mit einer herkömmlichen Zündung, als auch mit einer Rudenentzündung. Bei der ruhenden Zündung kommt dieses Gerät dann zum Einsatz. Was ist das? Das ist relativ einfach erklärt. Ruhende Zündung heißt, es gibt keinen Zündverteiler mehr, der sich dreht. Es gibt keine Kontakte mehr, wo der Strom durchgeht oder ähnliches, sondern es ist wirklich nur noch so, dass du ein Zündsteuergerät hast, welches einfach nur sagt, jetzt zünden. Das heißt, dafür braucht man zwei Sachen. Einmal ein Sensor auf der Kugelwelle, welcher die Drehzahl abnimmt. Nicht ganz korrekt, Drehzahl ist dafür irrelevant. Wir brauchen einen Sensor auf der Kugelwelle, welcher quasi erkennt, wenn OT ist. Und eigentlich brauchen wir einen Sensor auf der Nockenwelle, welcher erkennt, in welchem Takt der Motor ist. Weil wir sind wieder vier Takter bei der Sache. Kurbelwelle dreht sich immer zweimal in der Zeit, wo die Nockenwelle sich einmal dreht. So. Und deswegen braucht man immer nochmal die Position der Nockenwelle, um zu wissen, dass ich jetzt wirklich in dem Takt bin, wo ich zünden soll. Weil sonst könnte theoretisch die Kugelwelle auch im falschen Takt zünden. Wäre nicht schlimm. Nennt sich Wasted Spark. Geht auch. Das heißt, man zündet quasi in den leeren Takt rein, weil man diesen Nockenwellensensor nicht hat. Ist nicht schlimm, aber einfach auf blöd zünden ist natürlich auch nicht geil, weil natürlich so eine Zündspule, die sich immer wieder entlädt, hat natürlich auch ein gewissen Verschleiß. So. Somit braucht man diese beiden Sensoren. Hat man diese beiden Sensoren, kann dieses Steuergerät ganz genau errechnen. A, heute zünde ich mal 20 Grad vor OT. In diesem Moment geht einfach nur durch den Stecker ein Signal hier ran. Der schaltet hier drin einfach nur die Zündspule, die sich in dem Moment entlädt. Also hier ist quasi auch ein elektrischer kleiner Unterbrecherkontakt drin, der in dem Moment die Zündspule entlädt. Das ist halt immer wichtig. Eine Zündspule lädt sich nicht auf beim Zünden, sondern ist eher wie als Beispiel einen Kondensator im Auto, welcher dauerhaft aufgeladen ist. Und wenn richtig Bass kommt, entlädt sich der Kondensator. So ist es bei einer Zündspule eigentlich auch. Und in dem Moment wird einfach klassisch gezündet fertig. Das heißt, bei dieser vollelektronischen Zündung, was früher nicht möglich war, weil es keine Steuergeräte gab, die das berechnen konnten, deswegen hat man es voll mechanisch gemacht, ist einfach ein großer Vorteil, dass man diesen ganzen Kladderer-Datsch mit Verteilerkappe, mit Verteilerfinger, mit Korrosion, Verschleiß und so weiter, alles nicht mehr hat. Sondern man hat einfach nur die Sensoren und die Zündspulen, die zünden und fertig. Nächste Variante, die dann dahinter kommt, ist dann auch noch, dass man Einzel-Zündspulen hat. Das heißt, man hat nicht mehr eine Zündspule für vier, sechs, acht Zylinder, sondern jeder Zylinder hat eine eigene Zündspule. Das macht es bauformtechnisch noch mal einfacher, weil dann nämlich auch noch das Zündkabel fehlt. Hier hätte man logischerweise noch von der Zündspule zur Zündkerze Kabel. Hier geht die Zündspule direkt auf die Zündkerze. Das heißt, der Hochvoltbereich ist nur noch zwischen hier und hier. Je kürzer es ist, je weniger Verluste. Das heißt, diese Spulen kriegen halt einfach am besten den Saft auf die Kerze. Und man braucht gar keine, ja, also man hat dann in dem Moment halt nur noch ein Steuergerät, welches wirklich nur noch ein softes Signal, also wirklich kein Signal, was eine Stromstärke hat, sondern einfach nur, was einfach nur der Spule sagt, jetzt bitte zünden. Das kann ganz dünnes Kabel sein. Hier drauf gibt und das war's. Easy, peasy, würde ich vorschlagen. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ich tatsächlich auch was gelernt, weil ich habe mich lange nicht mehr mit befasst, weil aktuell halt eher das State of the Art ist. Also falsch, es gibt mit Sicherheit noch krassere Zündanlagen, aber das mit Einzelstab-Zündspulen ist das, was eigentlich mittlerweile überall verbaut wird. Ich komme aber auch noch aus den Zeiten, wo es das hier gab, weil Strichachter, Strichachter, Golf 1, selbst Golf 2, die ganzen 16Vs, die hatten das auch alle noch. Das ist aus dem Golf 2 1 8er. Genau. Golf 2 hatten das alle noch, selbst die ersten Vr6 hatten das sogar auch noch. Die hatten dann seitlich an dem Kopf nicht diese fette Zündspule, sondern die hatten seitlich am Kopf den Zündverteiler stecken. Mit sechs Dinger, die weggehen. So, also das Ganze gab es mal. Damals war das auch noch ein Thema mit Abblitzen und so weiter. Ja, deswegen erstmal wieder reindenken. Aber ich denke, ich habe alle Bauteile davon erklärt. Am geilsten ist natürlich die aktuelle Variante. Alleine, weil man alles einprogrammieren kann. Drehzahlmesser, Zündzeitpunkt, Zündkurven. Bei dieser Variante, selbst mit Zündverstellung, ist es halt so, dass man dann nur unter Volllast einen Zündpunkt fahren kann. Das heißt, von 3000 bis 6000 ist es dann trotzdem der gleiche Punkt. Man hat zwar verschiedene Lastzustände, die man über die Unterdruckverstellung erreichen kann. Also nicht erreichen kann, sondern man kann die Lastzustände über die Unterdruckverstellung passend zünden. Aber trotzdem hat man unter Volllast durchgehend den gleichen Zündwinkel. Da wäre es noch geiler, wie ich erklärt habe, mit steigender Drehzahl. Die Zeit wird immer kürzer. Das heißt, die nächste Variante hiervon ist, man hat einen Zündverteiler mit einem Steuergerät, welcher dann die Zündung verschieben kann und man kann mit steigender Drehzahl mehr Frühzündung fahren. Die Variante dazwischen gibt es auch noch. Allerdings damals nicht. Das waren dann so die freipombierbaren Steuergeräte von damals, waren tatsächlich Zündverteiler, die dazu ein Steuergerät hatten, wo man wirklich eine Zündkurve reinlegen konnte. Gab es tatsächlich auch. Ist im Käferbereich gang und gäbe. Die ganzen Käferjungs, die alle ihren Zündverteiler behalten wollen, aus optischen Gründen und so weiter. Oder so Bergkapp, historisch, die haben alle einen Zündverteiler, wo auf einmal ein Stecker dran ist, weil dieser Zündverteiler zusätzlich auch noch quasi eine, nenne ich eine Verstellung drin haben. Doch, sie haben eine Verstellung drin. Doch, die Zündverteiler haben definitiv eine elektrische Verstellung unten drin, welche den eigentlichen Unterbrecher dann verschiebt. Ist da noch ein Unterbrecher drin? Habe ich ehrlich gesagt noch nie geguckt. Es wird mit Sicherheit kein mechanischer Unterbrecher mehr drin sein. Es wird ein elektrischer Unterbrecher sein. Aber dieser Unterbrecher muss sich definitiv verschieben und eben zum Zeitpunkt zu beändern. Ja, Z wie Zündanlage. Ein paar Buchstaben sind ja noch offen. Ihr könnt gerne wieder in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Macht mir mega Spaß, euch ein bisschen Technik zu erklären. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.